Was wir auch haben, auch fernab der Städten bewohnenden Nomaden, sind ausländische Einflüsse. Hier sind zwei Grabsteine aus Hainan, das ist ja die Nachbarprovinz hier, das Hawaii Chinas sozusagen. Das hier sind zwei muslimische Grabsteine. Man wird es wahrscheinlich nicht so gut sehen können, aber ich zeige mal drauf. Hier ist zum Beispiel ein Band mit arabischer Schrift und hier ist auch nochmal so ein kreisförmiges Medaillon, auch mit arabischer Kalligrafie. Die beiden Grabsteine, den rechten zeige ich jetzt nicht, stammen aus der Tankzeit, eine Zeit, die ja für ihre Weltoffenheit bekannt war, und wo natürlich sehr viele ausländische Einflüsse ins Land kamen. Und auf diese Zeit geht auf die Entstehung der chinesischen muslimischen Hinderheit der Hui zurück, die wir ja auch schon kennengelernt haben. Und ja, also die Tankzeit war quasi so die erste Blütezeit oder das erste Auftauchen des Islam in China. Und ja, eine zweite Blütezeit kam dann mit der Mongolen-Dynastie, mit der Yuan-Dynastie. Die haben natürlich auch sehr viele Moslems mit ins Land gebracht. Das hatten sie auch bitter nötig. Die Mongolen waren ja begnadete Reiter- und Bogenschützen, was sie allerdings überhaupt nicht konnten. Und woran sich bei den Chinesen die Zähne ausgebissen haben, war die Belagerung, weil sie halt schlicht und ergreifend nicht über die technischen Fertigkeiten verfügten, Belagerungswaffen irgendwie herzustellen. Das konnten aber hingegen die Araber und die Perser ganz gut. Und entsprechend haben sie dann arabische und persische Belagerungsingenieure halt in China eingesetzt, um in China halt die Städte belagern und schließlich auch erobern zu können. Und entsprechend kamen in der Zeit halt auch viele Moslems nach China. Ich habe die ungute Befürchtung, dass das diesem Objekt einfach nicht gerecht wird. Aber die Beleuchtung ist leider sehr schwach, deswegen geht es nicht besser als so. Wir haben hier ein weiteres beliebtes Exportobjekt, nämlich Elfenbeinschnitzereien. Und das hier ist eine Kugel, durchbrochen gearbeitet, in der sich wiederum eine zweite Kugel befindet. Und die erste zeigt, also die äußere Kugel, wo diese Ringe drin sind, hier, 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 durch die man die innere Kugel betrachten kann, die zeigt ein Muster von Blüten und von Blättern. Das sieht aus, teilweise sind es Päonienblüten und teilweise sind es Chrysanthemenblüten. Die Blätter kann ich nicht genau zuordnen. Ich glaube, da oben auch noch eine Orchidee zu erkennen. Und die innere Kugel scheint in mehreren Lagen gearbeitet zu sein. Da hat man wohl versucht nachzustellen, dass man noch mehr Kugeln in diesen Kugeln drin hat. Und die zeigen in verschiedenen Lagen übereinander verschiedene, ja, abstrahierte Blumenmuster, könnte man sagen. Oder auch einfache geometrische Gittermuster. Aber es ist sehr, sehr fein gearbeitet. Und ja, genau solche fein gearbeiteten Elfenbeinschnitzereien sind es auch, die man oft auch als Kleinodien in den Schatzkammern barocker Fürstenhöfe oder Häuser gefunden hat. Die haben nämlich übelst auf sowas gestanden und haben sowas importiert. Ebenso wie Narwalzähne oder irgendwelche großen Meeresschnecken oder Ammonitengehäuse oder Nautilushörner. Und genauso haben auch solche feinen Schnitzarbeiten, Elfenbeinschnitzarbeiten, zu deren Sammlerobjekten gehört. Entsprechend kann man solche Elfenbeinschnitzereien teilweise auch bei uns in Mitteleuropa betrachten. Aber hier mal eins aus dem Museum in Guangzhou. Hier eine Vitrine mit Silberwaren. Das hier ist allerhand Teetrinkzubehör. Wir haben links unten Milchkännchen, rechts unten einen Zuckerpott und oben eine Teekanne. Auch solche fein gearbeiteten Silbergefäße waren ein beliebtes Exportprodukt, beziehungsweise in Europa Importprodukt, aber die Chinesen haben es exportiert. Das ist ganz interessant. Es schien sich halt wirklich massig Geld damit machen zu lassen. Denn soweit ich weiß, ich glaube nicht, dass sich das bis zum Ende der China-Universität geändert hat, ist China ein Land, das sehr arm an Silber ist. Und teilweise war es in der chinesischen Geschichte so, dass Silber sogar wertvoller war als Gold. Und der wichtigste Handelspartner, um Silber zu importieren, war Japan. Und entsprechend haben sich die Japaner dann, in Anführungsstrichen, eine goldene Nase an dem Silber verdient, weil es nämlich in Japan mehr als genug davon gab und man das dann halt nach China verschifft hat für einen horrenden Betrag. Die Japaner hatten dafür Interesse an anderen chinesischen Waren, wie zum Beispiel Tee oder Porzellan. Besonders in der japanischen Tee-Zeremonie waren bestimmte Porzellanwaren aus China, wurden extrem hoch angesehen und wurden extrem teuer bezahlt. Ich kann euch darüber gerne ein anderes Mal was erzählen, weil ich gerade nicht so viel Wissen darüber habe. Aber mit dem Porzellan ist es ja so, dass es in verschiedenen Zeiten immer so verschiedene Stile gab oder verschiedene Öfen. Viele von den Öfen existierten auch gleichzeitig, manche über längere Zeit, manche über kürzere Zeit. Und die hatten alle einen relativ eigenen Stil. Und wenn irgendwas außer Mode geraten ist, dann hat man das immer ausrangiert. Und bei manchen Porzellanen war es so, dass die Japaner so unglaublich drauf flogen, dass sie wirklich übelst hohe Preise für dieses Porzellan bezahlt haben. Oder wahrscheinlich einfach hier Silber gegen Porzellan getauscht haben. Was in China einfach nicht mehr in und einfach nicht mehr Mode war. Aber einfach den ästhetischen Geschmack der Japaner so getroffen hat, dass sie halt, obwohl es out of date war sozusagen, wirklich massig dafür bezahlt haben. Wie auch immer. Also China auf jeden Fall ein Land, das arm an Silber ist, hat sich trotzdem nicht beirren lassen. Und hat für den Handel mit Europa während der Zingzeit Gefäße wie diese hergestellt. Es gibt ja auch verschiedene Platten oder Servierschalen oder ähnliches oder Kannen. Aber hier einmal so ein kleines Teeset mit Milchkanne, Zuckerpott und Teekanne für den Export. Sollte es000 Euro-Ansin haben sich nicht mehr an, Sollte es sehr gut. Sollte es sich direkt vor and 없는 Geist, Untertitelung des ZDF, 2020